Herr Bertschi, in Ihren Research-Bericht sind Sie bezüglich Aktieninvestments immer noch optimistisch. Aber Hand aufs Herz, ist der Turbulenz Ende Januar die Börsenparty nicht ein wenig vorbei? Ja, das stimmt. Wir sind weiterhin optimistisch für den Ausblick für den Aktienmarkt. Es ist sogar so, dass wir in den letzten paar Monaten bei schwächen Phasen zugekauft haben. In unseren gemischten Portfolios haben wir Aktien aufgestockt im Februar und auch im April, wo die Börse schwach war. Und wir denken, dass hier durchaus Chancen vorhanden sind. Wir sehen, dass die Fundamentaldaten sehr positiv sind. Einerseits die Wirtschaft, wir sehen auch die Unternehmensergebnisse, die gut reinkommen. Zum Beispiel in den USA haben 75% der Firmen positiv überrascht bei ihren Ergebnissen zum ersten Quartal. Und das ist ein sehr gutes Zeichen für den Aktienmarkt. Sie haben es gesagt, positive Daten einerseits. Aber andererseits haben wir ja die hohe Volatilität. Wir haben zum Beispiel in den laufenden Wochen wieder sehr schlechte Börsentage. Was ist denn momentan so ein Problem mit dem Aktienmarkt? Ja, ich glaube, Volatilität, das ist etwas, was wir uns ein bisschen daran gewöhnen müssen. Wir hatten allerdings auch in früheren Jahren schon so Fälle gehabt. Zum Beispiel, als Kim Jong-Il zum ersten Mal eine Rakete abgeschossen hat, vor ein paar Jahren schon. Dann mit dem Brexit natürlich die Unsicherheit. Jetzt reden wir aktuell über Italien, die Regierungsbildung. Ich glaube, das haben wir immer ein bisschen. Ich glaube, das wirkliche Problem für den Aktienmarkt ist, für eher auf der Inflationsseite zu sehen. Also wenn die Inflation stark ansteigen würde, also mehr als erwartet aktuell, dann könnte das ein Problem werden für den Aktienmarkt, weil dann Zentralbanken Zinsen stärker anheben müssen als bisher erwartet. Und das wäre dann doch ein starker Gegenwind. Spielt da auch der momentan höhere Rohölpreis eine Rolle bei der Inflation? Ja, das spielt sicher drin in den Inflationserwartungen. Auch dort, wenn jetzt der Ölpreis vom aktuellen Niveau von 70, 80 Dollar pro Fass würde weiter steigen auf 100 oder mehr, dann würde das sicher auch die Inflationserwartungen anheizen und wäre dann eben auch ein solches Problem, das doch auf die Aktienmärkte drücken könnte auf Preisen. Was heisst das konkret für die Schweizer Börse? Wir haben da ein relativ negatives Jahr, SMI über minus 6 Prozent bisher. Was kann man da bis Ende Jahr noch erwarten von der Schweizer Börse? Ja, wir denken eigentlich insgesamt, dass man von jetzt bis Ende Jahr noch ungefähr 5 bis 10 Prozent Rendite kann erwarten. Für die Schweizer Börse heisst das eben auch ungefähr in diesem Rahmen. Wir haben ein Jahresendziel von 9400 Punkten für den SMI. Das wäre eigentlich genau dort, wo wir angefangen haben im Januar. Wir kommen wieder auf den gleichen Punkt zurück. Und jetzt auf Einzeltitel-Ebene, was finden Sie da interessant im Schweizer Markt? Ja, es ist sicher so, dass die Bewertungen stark steigen sind, einzelne Titel, und von daher glaube ich, dass eine grössere Selektivität gefragt ist. Wir sehen vor allem in spätzyklischen Sektoren noch Chancen. Das sind zum Beispiel Aktien wie eine Dufri, die in der Reisebranche tätig ist. Ich glaube, die kann profitieren in den nächsten paar Quartalen vom steigenden Wachstum, von Konsumausgaben, die zu nehmen. Wir sehen auch Potenzial im Technologiebereich. Eine Aktie wie eine AMS, die jetzt gerade ein bisschen unter Druck kam von letztem, wegen der enttäuschenden iPhone-Umsatzzahlen, aber wir glauben, dass dort die strukturellen Treiber intakt sind und dass diese ein weiteres Potenzial hat. Jetzt gerade in dem sich anbahnenden Zinsanstieg, der früher oder später kommen wird, da reden wir ja viel davon, dass Finanzaktien spannend sind. Was ist da Ihre Haltung dazu? Ich glaube, Finanzaktien, solange der Zyklus weiterläuft, haben sicher noch Potenzial. Ich glaube, im Moment ist es ein Problem gewesen, dass sehr viele Investoren bereits so positioniert waren, wenn man denkt, dass die Zinsen steigen an, das hilft den Banken. Und darum ist trotz guten Ergebnissen im ersten Quartal die Aktien ein bisschen unter Druck gekommen. Und wir glauben, dass für die nächsten paar Quartale durchaus überdurchschnittliche Renditen werden abwerfen. Jetzt auch die Schweizer Bankakte, zum Beispiel Grossbanken, oder schauen Sie da mehr ins Ausland bei diesem Bereich? Ich glaube, Banken ist ein sehr globaler Sektor. Also die Schweizer Banken sind da sehr stark im Ausland tätig. Also ich glaube, da gibt es nicht eine grosse Differenzierung, sicher eher eine Differenzierung zwischen den USA und Europa. In Europa drückt natürlich auch im Moment die politische Lage wieder auf die Stimmung im Bankensektor. Zudem auch Zinsen, die eben eher noch länger tief bleiben. Von daher der Fokus wäre eher auf US-Banken, aber auch in Europa denken wir, dass eigentlich noch Potenzial besteht. Und CS und UBS, wo ja die Aktien nicht gerade verwöhnt sind in den letzten Jahren mit den Kursen, kann man da mehr erwarten in der nächsten Zeit? Ja, ich glaube, auch dort bei beiden Aktien gilt, dass sie vom globalen Umfeld profitieren, insbesondere wenn eben in Europa, wie wir denken, in zwölf Monaten auch die erste Zinserhöhung kommt. Das sollte eigentlich auch einen gewissen Treiber geben für die Aktien da und wir sind da optimistisch gestimmt. Aber sehen Sie jetzt umgekehrt auch Sektoren, wo Sie vielleicht eher sagen würden, ja, da würden sie ein bisschen zurückhaltend sein? Ja, ich glaube, in gewissen frühzyklischen Sektoren, alle Aktien, die bereits sehr stark gestiegen sind, zum Beispiel gewisse Wachstumsaktien aus dem Gesundheitsbereich, da muss man sicher ein bisschen vorsichtig sein und auf diesen Niveaus nicht mehr Positionen aufbauen. Man hört immer wieder, dass wir uns in einem späteren oder späten Wirtschaftskonjunkturzyklus befinden. Das heisst, wie lange kann denn noch andauern und wann kommt die Rezession? Ich glaube, man muss da ein bisschen unterscheiden. Also in den USA, dort sind wir sicher eher später im Zyklus. Man sieht das daran, dass eigentlich die US-Notenbank bereits Zinsen ein paar Mal hat angehoben. In Europa, würde ich sagen, wir sind eher im mittleren Bereich und in den Schwellenländern sind wir teilweise erst am Anfang. Dort haben wir zum Beispiel in Brasilien, Russland, haben wir erst 2015, 2016 noch Rezessionen gehabt. Also insgesamt global gesehen, sind wir sicher noch nicht ganz am Ende des Zyklus. Der beste Indikator für das ist normalerweise, wenn sich die Zinskurve invertiert, also wenn die kurzen Zinsen höher werden als die langen Zinsen. Und ich glaube, das wird in diesem Jahr 2018 noch kein Thema sein. Aber wenn es gerade die USA, die schon weit vorgeschritten ist, würde den Zyklus beenden, würde man das nicht die ganze Weltwirtschaft runterreisen? Doch, das wäre sicher ein Problem. Also wenn die USA in eine Rezession reinläuft, dann wird das sicher ein Problem für die ganze Welt. Aber wie gesagt, 2018 ist das noch kein Thema. 2019 muss man da sicher ein bisschen vorsichtiger werden, vielleicht sich dann ein bisschen defensiver positionieren. Aber 2018 und 2019 haben wir eigentlich auch den Fiskalstimulus in den USA, also die Steuerreform, die ja dort eigentlich auch einen Boost bringt für das Wachstum. Und das sollte sich eigentlich in den nächsten zwei Jahren noch positiv auswirken. Bis zum nächsten Mal! Untertitelung des ZDF, 2020